Das nächste Rennen ist auf der Masse. Hurricane Youngsters gegen Peter Richard X-Tress. Hier auf der weißen Seite begrüße ich im Kürze das Werte Team 1 gegen Lai Frank. Wir können stoppen. Das Problem ist ausgerichtet. Einen Exaktion Go! Das nächste Rennen ist auf der Seite der Gewinne, die der Werte geübt wird. dieser Rennen ist auf der Seite von Gerhardt 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 von Gerhardt. Auf meiner Seite, bei der weißen Seite, steigert das Bundespringel zu Team 1 und ein Plan. Gegenüber geht es aber mit dem Ostpartner-Güns, dem TG Preez 1. Der 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 TG Preez 1. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Der Zweifel abgelegt, Pumanex-Krebs gegen Rennheiser Sport. Auf der Schwachzeige begrüßen wir dann Köln, die Wittgänger und das BFC-Team 2. Und das 2 blieb. Allo Lenni, Attention, Go! Köln, 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 Köln! Köln, Köln, Köln! Gegen die Wittgänger gegen das BFC-Team. Hier auf meiner Seite begrüße ich nachdem das Rennheiser ausgestiegen ist. Die höchsten Lagen gegen Abteilung Sumo-Mix. Wer die weiß, wer die Schöpfungstechnik ist. Abschraube von der Nathie. Ich weiß nicht, wer die weiß. Ich bin doch schön geheilert. Dann kommt Klinge. Aber für nächstes Mal, Renn Nummer 21, Anlegen, Köln, Köln, Köln. Das kommt gleich auf die Wasser- und die Flügel zum Mittel in der Aufsichtungsphase. Das kommt gleich auf die Wasser- und 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 die Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020